Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder. Hierbei handelt es sich um eine Streamaufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut gerne auf Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. Dann gehen wir jetzt Richtung hier lang. Ah, da ist es schon. Oh, ne Quatsch. So. Hört Richtung. So. Heute verliehen ja in Höhe, das ist ja... Oh. Das war ein Sturzflug, der wehgetan hat. Mine im Donnerhorn-Tal. Oh, ne Mine sogar. Dazu soll ich ja auch nicht, nein. Achso, ja gut, die Mine hatten wir ja glaube ich schon, oder? Ne, hat man nicht. Das ist ja glaube ich zwei andere Gebiete. Hm. Na, wo ist er? Wie die Markierung haben? Ach, mein Controller versaut es mal gerade ein bisschen. Jetzt, so. Ich glaube, wenn wir hier runtergehen, kommen wir auch direkt zu einer Mine. Tatsache. Sehr schön. Dazu auch ein Schatz. Das sieht man doch gerne. Mittlerweile werden die Schätze hier auch nicht wirklich so berauschen, ne? Wir haben natürlich noch einige von diesen Kristallen. Was ich eigentlich sehr gut finde. Weil das heißt, dass ich in Zukunft nicht wirklich da sammeln muss, aber, naja. So, dann haben wir zumindest schon mal den Bereich fertig. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Ich würde jetzt einfach sagen, wir gehen. Ich glaube, das sinnvollste ist, wenn wir wirklich einfach wieder ein Stück zurückgehen. Also hier vielleicht hin. Und von da aus weitermachen. Weil den Schatz können wir auch nicht machen, weil das ist eine Krierrockhöhle. Also das ist für uns komplett irrwitzig. Das macht überhaupt keinen Sinn für uns. Wir können aber auch hier gehen. Da scheint gleich eine Höhle in Schrittreich weiter zu sein. Aber die ist schon sehr weit oben, ne? Die Wurzel. Na gut. Heft alles nichts. Muss man einmal mitnehmen. Was haben wir hier? Nur gar nicht mal so viel. Wobei doch, wir haben eine Mine in der Nähe. Scheinbar. Zumindest irgendwas in der Richtung. Also das ist ja definitiv eine Mine. Da können wir eigentlich mal hingehen. Tja, hier ist Monsterbau irgendwas in der Richtung. Ja. Da ist nichts. Müssen wir mal schauen. Ich hab nicht wirklich, warum Link noch keinen Führersstand hat. Ich hab nicht mehr. Desto mehr ich drüber nachdenke, umso wusster wird's mir eigentlich. Okay, da hin, dass man Hoverbott kleidet. Verlassene Eldin-Mine. Okay. Heiß. Es, äh, äh, was ist das heiß hier? Ah, spürst du doch selbst. Es ist glutheiß. Als wäre die Luft aus glühender Kohle, äh, ist sie denn kein bisschen heiß? Oh, der einzige Gute im Untergrund ist ja, dass es dort unter wenigen, äh, unten wenigstens zu kalt und nie zu heiß ist. Äh, nie zu kalt, nie zu heiß. Haufe ja mal schwer, dass ich bald versetzt werde. Hauptsache nicht wieder inkognito Dienst in Eldin. Bitte? Wieso inkognito? Ach, das ist nicht wieder, oder? Äh, ist doch schon klar, oder nicht? Wir von der Jäger-Banne sind inkognito unterwegs, um dich, äh, Kanalie einfach kalt zu stellen. Ach, Mann, ich... Die ist hier, ne? Es ist auch ein Haufen Spinner. Schöne, ich wollte dort schon. Komm. Gib Ruhe, wenn gut ist. Ja, wirklich, da denkst du einmal, Mensch, eine NPC. Vielleicht hat er was Interessantes zu sagen. Nö, Jäger. Es ist auch irgendwie immer dasselbe, ne? Es sind immer Jäger. Gut, können wir was mit dem anfangen? Oder sehr erfolgreich? Können sie, glaube ich, alle mal dasselbe. Ja. Hast du ein schönes für mich? Kampf-Flammenwerfer. Okay. Klar. Oh. Dann such mal. Viel Spaß. Oh, ich glaube, dem fehlt der Flammenwerfer, oder? Oh, Gott, das Ding hat er komplett auseinandergenommen. Naja, was haben wir jetzt auch noch? Wahrscheinlich ja nichts Borschenes. Zeig ja. Ein bisschen Kristalle. Der alltägliche Loot. So, machen wir den nochmal frei. Oh. Ne, so. Danke. Oh, die kann ich mir ja nicht klauen. Schön wär's. Oh. Boah, zwei Seelen nebeneinander? Krass. Oh, das sind halt die Statuen, die einem den Weg zeigen wollen. Zu der Mine. Also, ich muss auch sagen, die Minen, die lohnen sich irgendwie so teilweise echt semi. Da lohnen sich irgendwie die kleinen Minen echt mehr. In den großen findest du irgendwie fast gar nichts. Teilweise sind sie ja bossbedingt. Also, was heißt bossbedingt, aber, ne? Weil Koga sich ja dort auffällt, aber irgendwie... Irgendwie sind sie auch nicht das wahre. Oh, was brennt da hinten? So ein, äh... Wie ist ein Dinger? Magmarock? Ne. Ist was meine. Das sind wie die Eisviecher heißen. Hier ist ein Glas Rock, aber... Hm. Gut, die Karte sagt absolut gar nichts. Perfekt. Okay, im Hain waren wir schon. Aber da könnte halt was sein. Weil das ist wieder so eine Hainstelle. Aber da waren wir. Meine ich. Das Plateau sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Riesig. Hm. Es wäre da unsere... Der Weg vielleicht sogar da hin. Aber ich habe das Gefühl, ich muss an dem Glas Rock vorbei. Äh, an dem... Ja, nehmt nicht mal. Steht einfach nur so rum, oder was? Das könnte halt wieder so ein Plateau sein, wo... Ein Bossfight ist. Vom auch sehr sandig. Oh. So einer ist da. Fuck off. Ich vergaß. Es ist ja heiß hier drinnen. Hm. Bin immer gespannt, wie der Kampf jetzt ausgeht. Bei denen hatte ich noch nie gemacht. Ähm. Ja, aber ich kann hier halt keine Bombe zuwerfen. Das erlaubt halt das Gebiet nicht. Hui. Jetzt aber. Ja, wirkt auf jeden Fall relativ angenehm. Habe ich hier noch ne... Ne krasse Keule, oder sowas? Hm. Gut, wir können halt die benutzen, ne? Ja. Fijam. Ah, damit haben wir ein Bezitt. unseren ersten giga soll ich mal das schwör dass ich das mal holen kann jetzt haben wir jetzt den fotos wichtig gar mal reißzahn jetzt habe ich nicht gesehen dass den reißzahn da auch hätte fotografieren können na gut war es also nur ein battlefield von den giga ma und aber dann bin ich schon mal froh dass wir zumindest in dem bereich dann die ganzen wurzeln geholt haben ist natürlich das spannendste die ganzen wurzeln abzuklappern und dann im endeffekt zu aktivieren uns festzustellen auch mensch da ist ja nichts haben wir diese wurzeln sich aufsparen können aber na gut das hat ansicht sache ich weiß nicht ob ich in dem jäger versteckt schon war wahrscheinlich nicht sind gehe ich da mal hin ich glaube dass wir auch letzten von letztens vorbei gefahren haben da nicht weiter was gesehen deswegen hier war scheinbar keiner mehr ich weiß nicht was der mit der blume wollte aber gut das muss er natürlich wissen die alltägliche broschüre diese brennende hitze die region elden ist unvorstellbar heiß selbst im untergrund man fühlt sich wie in einem backofen direkt im kontakt mit der lava konnte ich glückerweise aus dem weg gehen aber die ausstrahlende hitze reicht bereits stabile temperaturen sind eigentlich einer der wenigen vorteile des untergrunds selbst in hebra ist es dort nicht so kalt ich glaube ich lasse mich versetzen egal wohin hauptsache nicht mehr in elden äh firone wäre ein traum da könnte ich bananen suchen premium bananen finster bananen leucht bananen würde mich nicht beschweren wenn es sowas gäbe oben kogern gut selbst die haben keinen bock hier zu sein und ich meine wer kann sich verübeln ohne hitze schutz bisher einfach ausgeliefert so auf hier das war vielleicht ein fehler dass ich gerade das ding mitgenommen habe aber das werden wir schon sehen so was sagt der bauplan und zwei achse berauschend und noch mal kristalle komm ich da durch na sieht gut aus sehr schön oh gott bloß den baum ausweichen mal wieder irgendwo hängen bleiben wollte ich jetzt nicht eigentlich nächste wurzel was haben wir hier schönes ein haufen nichts mensch manchmal fragt man sich wohl ich habe an den untergrund hier erkunden sollte also wirklich nichts ist dann ist es halt so ein bisschen da ist auch der was war das der der war jetzt zum glück absolut lächerlich also für mich der schwächste boss überhaupt muss ich schon sagen also die wurzel erstmal wird worauf aussehen im kampf ja dann haben wir das plateau genau da dürfte auch wieder hoffentlich wieder ein guter loot drin sein ähm habe ich eine gute waffe naja es geht könnte schlimmer sein so komm mal her oh dann komm her du blöde schade boah Ceele unser Ding lädt sich aber auch echt langsam auf nah aber erstmal hin zu ihm eh oh shit warte mal äh Lecker, was haben wir denn am besten? Am besten ist eine schnelle Waffe, aber wir haben nicht mehr so viele starke. Vielleicht unsere Rüstung mal ändern. Weil, Feuerschutz brauche ich nicht mehr. So, aber kann ich nicht potenziell eigentlich ihn mit Wasser besprühen? Das erklärt wirklich, warum das so lächerlich ist. Oh, jetzt wird er aktiv. Beziehungsweise, jetzt kommt seine krasse zweite Form. Oh, noch einer. So, mach mal so. Shit, Waffe ist kaputt. Ich will eigentlich ungern das Ziel unserer Dinge nutzen. Komm mal, ja. Oh, das ist relativ flink, der Kollege. Ah, das ist halt schon ein bisschen nervig, ne? Ohne Ceylon seine Fähigkeit. Mit den Syphilien hier einfach alles voll. Ja, also mit. Ja, also mit. Es ist einfach nur nervig. Es ist einfach nur nervig. Au. Ganz schön gut erschauen, muss ich sagen. Jetzt ist mein Ding kaputt. Ach, Mann. Ja, den zu bekommen ist halt wirklich dumm. Ja. Das kannst du halt wirklich komplett knicken. Au. Wobei. Mach mal so. Ist und bleibt einfach ein wirklicher Lutscher. Der Gegner. Wow. Und das ist der krasse Loot, den ich bekomme. Octorok Balance und lauter. Wow, Mann. Ich muss schon sagen. Also da hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt, den nochmal zu falten. Für einen Haufen Octorok Balance. Wahrscheinlich kriege ich jetzt wieder nur ein Kristall. Was sag ich ja? Naja, ich hab wohl nichts anderes erwartet, bin ich ehrlich. So, was legen wir hier frei? Eigentlich nichts. Vielleicht irgendwo wieder einen Hain oder so. Zur Abwechslung. Oh, hier Tatsache. Hier ist einer. Ich würde sagen, den holen wir uns noch. Und dann reicht das auch für heute. Sonst hier noch irgendwas? Naja. Weil ich natürlich auch nicht weiß, was das hier ist. Das kann nicht auch irgendwas sein. Aber es wirkt nicht wirklich wie ein Hain. Hm. Na gut. Dann müssen wir da halt hinlaufen. Weil ich gerade mein Hoverboard zerstört habe. Aber den Weg erspare ich euch dann. Zumindest auf YouTube. Wenn ich dran denke. Ach guck mal, ich muss ja gar nicht mal da lang. Muss ja hier lang. Habe ich mal gespannt, was wir da haben. Wahrscheinlich wieder nur irgendwelche Kristalle. Ich glaube, wir hatten bis jetzt einmal in einem Hain ein Rüstungsteil. Und das war es halt auch. Seitdem gar kein einziges Mal mehr. Ist ein bisschen schade, ne? Weil es auch diese, zumindest den Bereich an Erkundung auch komplett raubt. Holi. Ah, ich dachte, der wäre mir erstmal falsch gesteckt. Kennen wir mal den Baum? Jupp. Schauen wir mal, was wir da haben. Oh. Never mind. Es soll der Lieblingsschild des Helden gewesen sein, der einst das große Weitemeer bereiste. In seiner Familie wurde er über die Generation weitergegeben. Sehr cool. Nur auf jeden Fall ein sehr starkes Schild. Eigentlich können wir den alten Holzschirm mal wegmachen. Naja, wenigstens etwas, ne? Muss schon sagen, hat sich zumindest, was das angeht, eigentlich gelohnt. Oh, guck mal. Hat sich noch eine Mine gefunden. Sehr schön. Jetzt habe ich Herzrasen. Vielen Dank auch. Ach, ich dachte schon, da überfällt mich jemand von der Jägerbande. Ha. Durchatmen. Hm? Also, äh... Was bringt dich her? Willst du überprüfen, welche Sorte Erz diese Erzbrocken so hergeben? Oh. Und das Zeug hier? Ähm... Kurioses Erz oder nicht? An der Oberfläche habe ich sowas nicht, äh, noch nie gesehen. Oh. Oh. Hier bekommt man es aber aus den Erzbrocken, die hier reichlich, die es reichlich gibt, die im Gürbung hier sieht, äh, bearbeitet aus. Und es gibt auch eindeutig künstliche Objekte. Hm. Das lässt daran schließen, dass das hier vor langer Zeit mal eine Mini gewesen ist. Hm. Das scheint, äh, bei den anderen großen Tälern genauso zu sein. Jetzt müsste man nur noch wissen, wofür das Erz gut ist. Aber egal. Für dich ist das alles sowieso irrelevant. Hm. Denn du wirst jetzt hier sterben. Durch meine Hand. Natürlich. Ach, Mann. Ich vertaue keine Menschen, der hier lebt, ne? Schnauze. Guck dir die Sieger, ne? Ein Haufen Vollpfosten. Warte mal. Gibt's hier überhaupt ne... Äh... Ne, oder? Wow. Ich glaube, das ist mit... Mit... Bei weitem... Die schlechteste Mine. Ja, wobei, ne? Ich hab nicht zu viel gesagt. Moment. Nicht voreilig sein. Ich hab ja gesehen, dass da oben auch nochmal ein Bauwerk ist. Vielleicht ist ja dort die Schatztor. Die uns potenziell in jeder Mine eigentlich versprochen wird. So. Ja, der klassische Stunk. So, jetzt aber schnell. Die Zeit rennt. So, wie gesagt, wir holen uns die Wurzeln noch da. Und dann ist... Gut. Alles, was jetzt noch kommt an... Bauwerke, schauen wir uns dann einfach beim nächsten Mal an. Okay, da geht's auf jeden Fall hoch wieder. Autsch. Was sagt die Kader? Die Kader sagt, da ist absolut nichts Interessantes. Sehr schön. Okay. Okay, hier wäre halt der Nächste. Oder? Na, wobei, das sieht interessant aus. Aber das ist halt wie ein Jägerversteck. Das kann man uns dann beim nächsten Mal nochmal anschauen. Hm. Joa, also... Heine gibt's hier nicht. Äh... Joa, gut. Jetzt haben wir wieder einen Turm. Achso, ja gut. Der führt uns dann einfach zum... zu einem Monsterschpaß. Gut, dann... Speichern wir hier einfach. Holen uns dann beim nächsten Mal noch das Jägerversteck ab. Bzw. den Jägerstützpunkt. Und dann... Müssen wir mal schauen, was wir noch großartig im Untergrund machen. Oder ob wir dann wirklich wieder hochgehen und dann schon mal wieder das nächste Gebiet erkunden. Mal sehen. Weil das wird sich dann herausstellen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für jeden, der zugeschaut hat und dabei war. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye-bye. Das war eine weitere Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut gerne in den anderen Projekten rein oder seid beim nächsten Stream dabei. Das war's von mir. Bye-bye.